hallo und herzlich willkommen zu der nächsten episode von control vielen dank dass du wieder dabei bist ja in der letzten episode habe ich uns das hausminister outfit geholt ihr seht das jetzt ziemlich gut und ja wir haben die jukebox die erste mission macht ist gut gegangen also ich hatte noch so fünf minuten 50 sekunden sogar noch übrig also nicht so schlecht gelaufen und ich würde sagen wir machen die zweite jukebox vision also die klasse 2 expedition mal sehen wie die so ist ich erwarte mir schwieriges ich gesagt will ich viel öfters schild einsetzen so das kann ich glaube ich da schon mal üben weil gegen hartmann brauche ich auf jeden fall den schild es wird sich sonst nicht mehr ausgehen aber es sind anscheinend immer dieselben sachen zu tun das heißt wenn man weiß wo die dinger sind kann man eigentlich ziemlich schnell durch raschen das heißt ich kann mir das hier ganz schnell okay die habe ich jetzt Und noch mal. läuft 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 oh oh wow chill chill mar jonge fuck nah come on i guess we are in this invasion yo come back yo come back my friend let me back no 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 das dürfte sich gut ausgehen nice ah das war wieder der fight die daten die daten sind wie immer hier los gimme die verdammten daten man der ist sicher wow whoa danke das ist ist das Um wenig da das Leben. Dort. Komm gleich, Junge. Wo ist da noch ein Zischer-Typ? Den hole ich mir. Das ist ein besserer Typ. Oder stärker, oder was? Oh, verdammt. Was? Nein. Alles verkackt. Oh. Richtig. Krass, oder? Okay. 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 Nice. Ist tot, Junge. Gut. Ja, komm, meine nächsten Freunde. Ja, gleich hier um die Ecke. Hey. Oh, noch hoch. Läuft ja richtig krass hier. Den nehm ich mir mit. Den gönn ich mir. Oh, okay. Okay, 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 okay. Nice stress here. Oh, c***. Ah, komm schon. Stirb, Mann. Jo. Nice. Wieder zurück. Ja, cool. Das haben wir dann auch. Ich glaube, in der Zeit sind wir ziemlich gut. Also, ich würde sagen, so circa wie das letzte Mal. So. So. Ich glaube, das war das... Ja, das war das Ding. Wo man die Leichen von den Typen finden musste. Liegen die eigentlich auf den selben Positionen, oder... Oder liegen die diesmal anders? Ja, die liegen anders. Kacke. Da wird's bestimmt gleich abgehen. Okay. Okay, 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 okay. Ja. Wart ab. Oder nicht. Okay. Okay. Ja, das wieder hier oben. Das letzte Mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Nice. Ja, perfekt. Das haben wir ja jetzt in weniger als zwei Minuten erlegt. Ohne eigentlich wirklich zu fighten. War wahrscheinlich nicht mal so eine schlechte Idee, das einfach so durchzuraschen. Das Problem ist, das ist schwieriger. Okay, wahrscheinlich kann man das auch durchrushen. Ja, vielleicht sollte ich's versuchen, aber... Problem ist, die Teile, die einen nachrennen mit der nächsten, die sind eigentlich zu schnell, dass man hier irgendwie... Okay, da ist einer. Oh, scheiße. Ah, verdammt. Oh. Ah! Ah! Ah nein! Na, was? Ah. 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 Ja. Okay. Okay. Das war jetzt wirklich bremslich und stressig. Gleichzeitig. Alter. Ich hätte gedacht, das schaffe ich nicht. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgend so ein Überding schon wieder. Obwohl wir sind ja echt gut eigentlich in der Zeit. Zehn Minuten sind ja echt eigentlich gut für den letzten Fight hier eigentlich. Also. Was? So wenig Leben schon? Ah. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke, wie das gerade läuft. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Wo ist die? Ah. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Oh. Das ist kacke. 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 Ja, Alter, ich habe gedacht, das werde ich nicht schaffen, weil ich es so verkackt habe am Anfang. Nice, Schild habe ich dennoch nie verwendet. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Alter, ja, ziemlich gut gelaufen. Ja, Jukebox. Jetzt habe ich eigentlich ziemlich gutes Zeug bekommen, was ich gesehen habe. Übernehmergeschwindigkeit 106%. Ja, das ist schon nice. Den Schildschuh finde ich nice zwar, aber ich weiß nicht. Ich kann dennoch nicht gern mehr Leben haben. Leben 50, Leben 50. Dann nehme ich wieder Leben. Ah, jedenfalls. Ja, machen wir gleich das dritte, würde ich sagen. Expeditionsausrüstung. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, da bekommt man eine extra Ausrüstung. Waffelschaden der Spielers außer Schmetterer minus 50%. Waffelschaden der Gegner plus 140%. Waffelschaden der Spielers plus 140%. Okay. Ja, versuchen wir es einfach. Mehr als viel schlagen kann es ja nicht. Dann muss ich sagen, los geht's. Hm, da muss ich. Waffelschaden minus. Oh, ja. Alter, gleich hier. Genau. Alter, was? Alter, wie krass seid ihr drauf? Ich bin sozusagen zweieinhalb Sekunden hier gewesen. Ja, okay. Gehen wir jetzt nochmal an. Ja, 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 ja. Da spawnen sicher gleich wieder was. Ja. Ja. Nice. Okay. Alter. Den bin wir heute fast nicht gesehen. Perfekt. Ah, los geht's nach unten. Was? Nein! Alter, nein! Nicht ihr! Komm schon, komm schon, komm schon! Schau einfach ab, Mann! Das wird mir hier zu bunt. Obwohl, ich brauche eigentlich ein bisschen Leben, ne? Sonst, ich war so schnell. Ja, ist dennoch kacke, ich sollte einfach abhauen. Und nicht zu viel Time-Wasten hier. Oh, so. Alter, da bekommt man richtig Megaschaden. Okay, hier wäre es wirklich intelligent, wenn ich mal den Schild einsetze. Alter, aber ich setze den nie ein. Ich weiß nicht. Bei jedem verdammten Spiel setze ich nie den Schild ein. Oder, kaum. Okay. Ah, das Teil ist nicht so einfach. Komm schon, komm schon. Wurde, geht's nicht gleich los? Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, es geht gleich los. Ja, ich denke, ich denke, ich gehe. Okay, ich danke, ich gebe dir. Danke, danke, danke. Hold'em. Seid, die sind alle. Okay. Ja, den kann ich mir. Danke sehr. Wo sind meine anderen Freunde? So. Ach komm, Alter. Kostet mir nicht so viel Zeit, Mann. Ungebar. Okay, komm. Oh. 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 Das geht hier gar nicht sein. Fuck. Oh. Okay Gut, gut, gut Ich glaube der eine ist ja noch immer hier irgendwo, ne? Unterwegs Oh! Oh da Junge Steck mich nicht so Gut, er ist tot Macht mich nicht fährlich hierher Nein Oh Das verkackt Da war's Perfekt Wow Wow Okay Show up Wow Nein Nein Ich hab ihn zu spät gesehen Ah, verdammt Das war, da hab ich zu Agro gespielt Ich hab einfach zu Agro gespielt Verdammt Ja obwohl, okay Ich spawn hier wieder Ja Aber hab verdammt viel Zeit verloren Fängt das jetzt eigentlich wieder von vorne an? Oder Komme ich sozusagen So So Bin ich jetzt Sozusagen wieder bei der Hälfte Oder fängt das wieder wirklich von Null an? Oh, es fängt wieder von Null an Oh, es fängt wieder von Null an Ja, das hier ist ein Kack Ganz ehrlich Das ist Kacke Und ich Und ich war nämlich Schon in der letzten Schon in der letzten Gut Dann haben wir das Verdammt Jetzt Da hab ich richtig viel Zeit Jetzt Oh, bleib kurz Tja, hat mein Typen Die sind nicht gespätzt Oh, verdammt Ja schön Oh, okay Oh, okay 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 Wo ist die Aina? Ah Oh Ich verbrauche hier so viel Zeit. Ich verbrauche hier so verdammt viel Zeit. Ich verbrauche hier. Ich verbrauche hier. Oh Gott. Voll verkackt, ich habe so viel Zeit verloren. Jetzt muss ich die nächsten... Okay, das nächste kann man ziemlich gut durchrushen. Das Problem ist, das übernächste nicht so gut. Ja, das ist jetzt wirklich nicht einfach hier. Ich habe es wirklich verkackt eigentlich. Zwar ist mein Waffenschaden auch erhöht, nur wenn ich getroffen werde, ist das fatal. Oh, ich muss wirklich den Schild benutzen. Ich benutze den einfach nie, ich weiß nicht wieso. Oh. Oh, Granger. Komm, 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 schnell, 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 alles. Alles. Uh, nice to cool. Okay, 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 okay. okay das haben wir gut durchgerutscht damals schön zeitlich wieder gut gemacht aber das letzte mal hatten wir hier glaube ich noch fast 16 minuten das ist jetzt nur mit zehn natürlich nicht so krass aber gut aber gut vielleicht muss die gleich am besten spotten am anfang okay sie sind ziemlich immer auf der gleichen Stelle müssen okay okay Was ist das Ritter? Das ist ein Bitter, jetzt wirklich. Ah, komm schon. Nein. Ich habe ihn nicht verletzt. ich werde nicht mehr schreien ich werde nicht mehr schreien Alter, wo ist der Letzte? Ich finde ihn einfach nicht, ich sehe ihn nicht. Alter, bin ich so blind? Ich sehe ihn einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Kann nicht wahr sein. Wie viel Zeit ich hier verliere? Alter, wo? Ja, klar. So ein Arsch. Die spawnen ja auch unendlich. Nee, sagt mir nicht, man kann hier drauf. Ach nee. Ich sehe hier nichts. Wo kann der Letzte sein? Ich sehe ihn einfach nicht. Okay, das kann doch echt nicht sein. Wo soll der bitte sein? Der muss doch hier unten irgendwo sein. Alter, ich finde ihn nicht. Ich finde ihn einfach nicht. Ich sehe den nicht. Das kann doch nicht sein. Alter, ich verkacke es voll. Okay. Nein, ich sehe ihn wirklich nicht. Die ersten zwei habe ich gesehen. Die waren wie immer. Oh, wo der dritte war. Entweder bin ich zehnmal vorbeigerannt. Aber ich habe keine Ahnung, wo der war. Ja, jetzt ist die Zeit natürlich extrem gering. Da liegt er jetzt oben. Einer unten. Okay, wenn einer unten liegt, ist das eigentlich schon ziemlich nice, ne? Das ist ja nicht. Oh, was? Ah, jetzt sind die wieder da. Oh, euch, euch. Gerade euch brauche ich, ne? So, wo ist der dritte wieder mal? Alter, machen wir, glaube ich, echt. Anscheinend bin ich ultimativ blind. Dass ich den dritten einfach nie sehe. Die lagen jetzt aber auch anders. Oh, Alter. So, wo ist der letzte? Alter, ich fang echt die Zeit nur mit suchen. Ich seh den einfach nie. Ich seh den dritten. Ich seh den dritten. Das der so krach. Ich seh den dritten. Oh, da war's. Okay, da ist auch noch was. Ja, da ist er. Ja, es ist doch leider zu wenig Zeit. Alter, ich wusste nicht mal, dass da unten was ist. Oh, voll verkackt. Ja, schade. Bei dem Kampf da oben entscheide ich nicht in einer Minute irgendwas. Auch wenn ich's vielleicht gerne hätte, aber in einer Minute schaff ich den Kampf hier oben nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Vielleicht schaifle ich sogar noch. Ja, Alter, das gibt es nicht. Ich habe es geschafft. Alter, so knapp, man. So knapp, man. Alter. 2433. Nice, Expeditionsausrüstung. Cool. Das Outfit. Sehen wir doch glatt mal an. Alter, dass ich das schaffe. Das war echt super reines Glück. Ja. Jetzt haben wir Klasse 3 auch geschafft gehabt. Oh, super nice eigentlich. Ja, Expeditionsausfit. Ich komme. Das sehen wir uns natürlich ja gerne an. Hey. Cool. Expeditionsoutfit. Nice. Nice. Wir haben ja auch Sachen bekommen. Irgendwie übernommen wird. Nice. Sicher in Kombination mit Übernehmung. Geschwindigkeit. Natürlich. Nice, ne. Schaden. Das ist natürlich ja übernice. Kopfschussschaden. Kopfschussschaden. 107%. 60, 87. Achschussschaden nach Kiel ist 100. Passionsradius. Geschwindigkeit. Ich auch nice, ne. Ja, ich würde mal sagen, das war es mal für euch. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da. Ich freue mich über alles. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Und da kennen wir Hartmann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.